Nennt mir bitte einen rationalen Grund, warum Gargoyles nicht auf einem Mishaufen leben sollten. Macht es einfach, versucht es. Ich werde das nicht hinkriegen, da bin ich mir sicher. So, willkommen zurück zu... Mutantenscheiße... Äh... Par excellence... Oder wie das Spiel auch immer heißt. Ja, jetzt wollen wir mal hier richtig nach den Sternen greifen. Bin mal gespannt, was hier noch alles so auf uns wartet. Beim letzten Mal war das ja alles so ein bisschen... Äh... Unfreundlich. Das ist Tetris. Das ist noch die Euda City Playlist hinten. Warum ist die Euda City? Ich habe mich schon gewundert. Ich bin so doof. Ja, guck mal, jetzt ist das anders. Jetzt ist das cool. Nein, die haben ja kein Copyright Infringement begangen, das war ich. Ja, und werde auch gleich dafür bestraft. Ich habe mich schon gewundert, warum ist auf einmal die Spielemusik hier so gut? Hehehe! Dies! Aber muss heftig. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt nicht wirklich besser das Jetpack hier wählen sollte, weil... Es ist ja schon sehr, sehr cool. Da können wir schon eine Menge mit machen. Es muss doch aber eine Möglichkeit geben, dass man alle drei von den Dingern hier anwählen kann. Wieso geht das denn nicht? Das muss doch irgendwie machbar sein. Wow! Ne, falsch. So geht das nicht. Also alle drei von denen, ihr wisst schon hier, äh, es gibt ja einmal Dings, dann gibt's ja Bums und Dingens. Und ich hätte gerne sowohl Dings als auch Bums als auch Dingens gleichzeitig angewählt. Also sowohl Kondom als auch Jetpack als auch Vorspultaste, wie ich es hier so charmant deklariert habe. Das stelle ich nicht so an. So viel Bums war das gar nicht. Aber ich glaube, ich bleib mal lieber hier unten. Nimm das doch mal mit. Ach ja. Will ich jetzt zu viel? Nein. Alles cool. Das ist, äh, das ist jetzt gerade nicht euer Ernst hier, oder? Okay. Das ist aber machbar. Kriegen wir hin. Ich wäre mal dafür, dass wir hier ein neues Herzchengeschenk kriegen. Das würde mich ja nochmal weiterbringen hier. Ein Herzchen. Jeder braucht ein Herz. Machen wir mal ein Spiel mit Herz hier. Ach ja. Genau. Machen wir das so. Moin. Ja, das war die erste Hälfte. Die zweite folgt sogleich. Dafür müssen wir aber leider nochmal in die Flasche gucken. Und da ist sie. Das waren jetzt aber mehr als vier, ne? Waren das nur vier? Ja, das waren nur vier. Das hat sich angefühlt wie zwanzig. Oh Gott, da wird es wieder dunkel. Wieder ein Vordergrund. Oh. Okay. Geschafft. Hier kann mir keiner mehr was tun. Außer der Digge da. Und seinen Bruder da hin. Uah. Ne. Okay. Okay. Cool, cool. Easy. 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 Das ist aber auch eine Millimeter-Entscheidung, ne? Wie dieses Spiel, was Arno und ich damals immer bei WoW gespielt haben. Zwei Druiden, wer traut sich? Sag mal. Das habe ich ja schon mal erklärt, wie dieses Spiel funktioniert hat. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hey, 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 hey. Auch er wieder. Ja, genau. Stirb am besten gleich. Nicht gesehen, dass er da war. Das ist jetzt sehr, sehr glimpflich ausgegangen für mich. Das hätte auch anders sein können. Ich hasse diese Viecher. Das sind meine absoluten Hassgegner in diesem Spiel. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Per Sumpa. Oh Moin. Jetzt wieder Schweinchen Dick auf. Der kann mir jetzt hier echt noch gefährlich werden. Guck mal, da oben. Wie soll man denn da... Oh Gott, da ist ja noch einer. Ja, ja. Komm doch genau. Komm doch auch hier hin. Ich weiß nicht, was da ist und ich will es nicht rausfinden. Ding, 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 ding. Aber ich glaube, ich muss das rausfinden. Kann das sein? Hm. Na, machen wir es nochmal. Aber wir haben ja alles gemacht. Wir haben alles gefunden. Komplette... Oder habe ich hier... Warte mal. Ich glaube, ich kann das mit meinem momentanen Equipment nicht machen. Deswegen gehe ich mal raus. Und den hier machen wir noch. Dann haben wir aber überall alle Münzen gesammelt. Und zumindest... Nee, da nicht. Scheiße. Machen wir das noch. Wie war das denn hier? Was muss ich denn da noch machen? Die Geschichte. Die Geschichte war das. Ah. Naja. Dann machen wir das. Dann machen wir es nochmal. Das hat ja so viel Spaß gemacht, letzte Mal. Zum Beispiel da. Wie soll ich denn da oben hinkommen? Ich darf ja nichts machen hier. Achso. Ah ja. Richtig. Da hat mir ja das noch gefehlt. Ich bin gerade selbst verwundert, dass ich das geschafft habe, Leute. Das seid nicht nur ihr alleine. Wie komme ich da denn hin? Verdore ich noch eins. Oh Gott. Achso. Ja, das macht irgendwie Sinn. Das macht irgendwie... Ach, kacke. Jetzt habe ich Mist gebaut. Nein. Ach, komm schon. Lass mich doch mal in Ruhe mit deiner komischen Pusse leider. Ich kriege ja eine Stresspusse. Der ist nicht schön. So. Ein Bräu noch und ich weiß auch, wo ich ihn finde. Der liegt direkt vor meiner Nase. Das ist schwer, da das Timing zu finden. Das ist... Ne, der muss noch pusten. Jetzt. Och, scheiße. Na. Nochmal. 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 Wenn sie mir zumindest meine Münzen lassen würden. Das wäre doch schon... That would be nice. Das wäre schon... Sehr cool an von euch, Jungs. Ui, 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 ui. Maddie? Warum benutzt du denn hier nicht ab? Komm, das mache ich jetzt einfach. Oma! Was passiert eigentlich, wenn ich hier hingehe? Ah, nee, oder? Oh, nein. Habe ich da auch eine andere Oma? Das kann ich ja mal rausfinden. Hallo. Ich bin der Charlie. Ne, da ist nicht noch eine Oma. Ach, ja. Aber dann haben wir zumindest dort erstmal alles fertig. Wir machen einen Schritt nach dem anderen. Nicht den zweiten vom ersten. Das ist schon sehr nice. Ich würde mich aber freuen, wenn ich hier jetzt doch noch... ...mein Superkondom hätte. Das gibt es nicht. Das ist leider nicht vorhanden in diesem Spiel. That not nice. Hallo, that not nice. Komm, dreh dich um, du Arschgesicht. Mann. Ich finde diese Ritter total blöde. Die gefallen mir nicht. Aber auch objektiv nicht. Komm. Die sind doof. Mit ihrer Pike da. Und mit ihren roten Neuglein. Und alles. Fühlt sich stark. Ach ja, das war die Geschichte. Oh Gott. Nein! Oh, Mann. Wie knapp. Wie knapp. Lass mich doch in Ruhe, du Vieh. Gibt es das Let's Play Forum eigentlich noch? Freue ich mich gerade echt. Ist das noch... Ist da noch was? Also, außer diese komischen Fußhuben, die da die ganze Zeit meinen, die wären die Größen. Ich meine, ist da noch was? Ne, jetzt mal ehrlich. Gibt es das noch? Ich glaube nicht, oder? Ach, das war eine schöne Zeit damals mit Tobi, wo wir da immer getrollt haben. Boah, ich hasse diese Stelle hier. Das ist unerträglich, Freunde. Boah, ich glaube, so weit ist es ja nicht mehr. Ich kann doch nicht mal mehr an den Münzen jetzt noch abschätzen, wie lange wir immer noch müssen hier. Aber da habe ich ja eigentlich eine ziemlich große Kulanz, so eine. Da kann ich braten, wie ich möchte. Deswegen sollte das ja eigentlich nicht so das Problem sein. Nein, eigentlich. Aber ist trotzdem. Mach doch mal nicht so einen Blödsinn hier. Die haben auch so komische Augenbrauen. Eyeliner. Zeugs. Ah, das war knapp. So. So, jetzt aber... Kalente hier. Muy kalente. Oh, Mann, du Arsch. Bewegt deine müden Knochen, du Bemelmann, du. Könnte ich jetzt machen, ich weiß. Aber ich möchte mich erstmal hier ins Exit pusten lassen. Dann machen wir den ganzen Spaß nochmal. Und gehen da nochmal in das Secret-Dingsbums. Kann ja nicht schäden. Schäden. Schaden. Schaden kann er nicht. Bäm, bäm. Jetzt haben wir ja unsere super Propangasflöte hier. Dann können wir hier rumlurchen, wie wir wollen. Oh, was labere ich denn wieder für ein Blödsinn heute. Propangasflöte. Glasflöte auch noch. Aus Glas ist sie. Da kannst du E-Moll drin spielen. Muss da nicht mehr dick für sein. Ich finde, bei Moll denke ich immer an Molli. Ich weiß auch nicht, warum das in Musik... In Musik heißt das Moll. Und in Chemie heißt das auf einmal Moll. Warum? Das hat mir bisher niemand erklären können. Wahrscheinlich, weil der so hieß. Und derjenige, der die Tonleiter gemacht hat, der war so ein bisschen dicker. Okay, haben wir das geklärt. Das Mysterium der Welt. Auch mal wieder gelüftet. Keiner wird sagen, dass ich hier nichts für eure Bildung tue. Deswegen. Hoch, komm. Geh aus dem Weg, du Kleiner. Ganz weg. Das ist auch hoffen wohl kalkuliert hier. Werde ich das schon sehe, ne? Ich höre jetzt schon zu viel. Und ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Moin. Geh mir aus der Sonne, du Arsch. Obwohl man sich auch so ein bisschen an den... größeren Boost hier gewöhnen muss. Okay. So. Checkpoint. In the house. Oh. Das ist auch nicht nett hier, ne? Einfach mal unverblümt sagen. Nett ist das hier nicht. Soll das, glaube ich, auch gar nicht. So, bevor hier irgendwas passiert. Was passiert eigentlich, wenn ich mich hier nach vorne pusten lasse? Ich glaube, dann ist das Spiel vorbei. Oh Gott. Nein, das ist nicht euer Ernst. Scheiße. Scheiße. Alles nochmal. Alles für den Deckel. Alles für den Club. Unser Leben für den Hund. Oh Gott. Aber bis hierhin ging es. Wow, 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 wow. Wow. Einfach nur mal, damit ich es weiß. Ja. Ich habe nichts anderes erwartet. Du wirst hier verhauen. Du stirbst, wenn du das machst. Matti, das ist normal. Da gibt es Off Nose. Zwischen Äuglein gibt es. Und Spaß ist was anderes. Bäh. Oh Gott. Das ist ein Auge. Wie kann ein Auge mir eigentlich Schmerzen zufügen? Zweitens. Ich meine, habt ihr euch schon mal ins Auge gepackt? Habt ihr das schon mal gemacht? Ich habe noch nie eine Kriminalakte gelesen, wo drin stand, ja, Herr Römer, wie ist denn das passiert? Ja, ja, der Angeklagte hat sein Opfer mit seinem Auge erschlagen. Das ist niemals passiert. Nie. Das habe ich noch nie... Nein, das gibt es einfach nicht. Oh, warte mal. Da vorne gehen dann die Türen auf. Ich sehe jetzt erstmal, dass da irgendwelche Lichter sind. Pfff. Oh Gott. Das ist so deren Art, hier guten Tag zu sein. Oh, warte mal. Guck mal, da muss man doch hochspringen können. Und gleichzeitig super ballern. Wie soll das denn klappen? Oder Power-Up 3 ist beides. Das ist... Kann ja nicht. Kann ja echt nicht. So ist das hier. Ich habe das nur noch mal ein bisschen mit Musik gemacht. Kann ich mich trauen? Geil. Oh ja. Ich bin übrigens froh, dass man hier mehr als einen Versuch für so eine Superwelt hat. Das ist ja auch nicht immer so, ne? Manchmal ist das nicht. Okay, jetzt lasse ich mich einfach mal chefmäßig hier in der Mitte rumkutschieren. Kriege ich irgendwelche Bonuspunkte, wenn ich euch alle umbringe? Das tut doch weh, wenn man sowas ins Auge kriegt. Warum macht man sowas? Ich bin Eva. Wo ist Aram? Duf, 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 duf. Ey, hast du Adam-Arsch, Eva? Ne, das geht ja zu weit. Das geht zu weit. Er heißt gar nicht Aram. Er ist Adam. Wer erzählt denn, dass er Aram heißen würde? Das ist christlich. Ist... Bung, bum, Bunga, Bunga, Bunga. Warum sind diese Level eigentlich jetzt mittlerweile wieder so nach oben, so vertikal? Warum? Das dürfen die gar nicht. Ich dachte, das eine ist vertikal, das andere ist horizontal. Haben uns nicht darauf geeinigt. Habt ihr das Memo nicht gelesen? Hast du Bier mitgebracht? Bier mitgebracht. Ja! Bleib doch halt da stehen, du Arsch! Eigentlich kriegt er mich. Eigentlich hat er mich gerade noch so... Hat er so meinen Hosebüren aufgeschlitzt. So, Checkpoint. Das ist... Oh Gott. Das ist super. Zack. Dreimal ins Gesicht geschlitzt. Nein! Ich verstehe auch nicht, warum das wehtun kann. Ich meine, jeder von uns wurde schon mal von Schlamm abgeworfen. Wer hat noch nie eine Schlammschlacht gemacht? Also jetzt nicht nur so metaphorisch, sondern so richtig so... Weiß ich nicht. Einfach mal eine Handvoll Erde genommen und damit jemanden ins Gesicht geworfen. Das hat jeder doch mal gemacht. Wenn du drei davon abkriegst, bist du auch nicht gleich tot. Obwohl, du würdest erklären, wo Kevin geblieben ist. Ich habe die Angst in seinem Auge gespürt. Hab sie gesehen. Hab sie gesehen. Gut. Dann hätten wir das. Und ich würde sagen, ja, machen wir heute mal ein bisschen länger. Ja, das ist versucht, ne? Genau. Kannst du ja mal ausprobieren. Gut. Ich glaube, heute können wir nochmal... Ja, wir haben es schon mal ein bisschen länger gemacht. Ich kriege ja immer Ärger, wenn die Parts... Also da rege ich mich am meisten auf. Wenn ich einmal so ein Part 15 so eine halbe Stunde mache und ein Part 16 ist dann, weiß ich nicht, nur 15 Minuten. Dann sind die Parts gleich alle kurz. Plural. Mehrere. Alle. Nicht hier reinschlagen. Aber so richtig hart. Dass da nichts mehr steht. Alles kaputt. Beben, Mann. Das ist das Wort hier von diesem Spiel, glaube ich, ne? Beben, Mann. Puh. Hui. Oh, guck mal, meine Haare an. Ich sehe so gut aus, Mama. Meine Mutter sagt immer, ich wäre der Coolste in der Schule. Uh, das muss stimmen. Das wäre es mir beinahe noch passiert, dass ich den Checkpoint nicht mitgenommen hätte. Da hätte ich mich geärgert. Das ist jetzt ein bisschen wie Raladin hier, ne? Was soll man das denn machen? Und vor allen Dingen auch, warum? So, ich kann es mir schon vorstellen. Ja, jetzt muss ich hier wieder nach hinten und dann komplett rum. Genau so haben die sich das vorgestellt. Puh. Nigg, 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 nigg. Ich habe jetzt echt Bock auf so eine Flasche Tabasco. Ich glaube, ich mache da gleich mal so einen Löffel voll. Tabasco schmeckt eigentlich richtig gut. Auch so pur. Okay, jetzt haltet ihr mich alle für komplett bescheuert wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht, wie viele Leute sich dieses Spiel angucken. Ich glaube nicht so viele. Weil Jump'n'Runs, sie ziehen ja eigentlich nie so. Aber ich finde es lustig. So ein bisschen Jump'n'Run muss sein. Und ich rage auch nicht so rum. Müsste ich eigentlich mal machen. Aber nein, 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 ich beruhe selbst. Warum soll ich das Spiel beleidigen? Exzellente Arbeit. Du hast alle die gewissen Wachstumplätze und goldenen Diamonds in unserer Homeworld. A new pathway has now opened up that will take you into space. Good luck. Ja, Oma. Danke. Geil. Launchpad McQuack. Was ist das denn jetzt hier? New power up equipped. Okay, wie geht das? Das ist ja voll die Zwille. Vertical Boost. Extended Hover. Das ist doch... Da fehlt doch was. Das muss ich doch nicht erklären. Machen wir jetzt mal erstmal Spaceworld hier. Das ist auch cool hier, ne? Fangen wir gleich mit V-Land an. Obwohl, nee, machen wir gar nicht. Machen wir beim nächsten Mal. Haha, ich hab schon wieder vergessen, dass ich abmoderieren muss. Bis nachher. Bis morgen. Heute. Ouh. Vielen Dank.